Ja, Wolfgang Schäuble ist gestorben mit 81, er war lange Zeit CDU-Politiker, er hat Berlin wieder zur Hauptstadt gemacht, vorher war es ja Bonn, Bonn war ja lange Jahre die Hauptstadt von Deutschland und jetzt wegen Schäuble ist es dann Berlin geworden. Ja, er saß lange Zeit im Rollstuhl, weil er durch einen Messerangriff schwer verletzt wurde, das war damals irgendwie eine Frau, die ihn mit dem Messerangriff, ganz unglücklich kam er dann also aus dem Krankenhaus direkt in den Rollstuhl und verbrachte da eigentlich den Rest seines Lebens im Rollstuhl. Jetzt ist er im Alter von 81 Jahren gestorben, mein aufrichtiges Beileid. 14. Untertitelung des ZDF, 2020